Ja, vielleicht fragst du ihn mal, was er genau gesehen hat. Hat er dir da schon was gesagt? Wir können auch mal zusammen zu dem. Okay, vielleicht kann ich ihn ein bisschen einschüchtern. Wir wollten vielleicht erst mal nett fragen. Also bei Einschüchtern bin ich dabei. Ich glaube, also wir versuchen es erst auf meine Methode und dann könnt ihr beide ihn noch abziehen. Das finde ich gut.